Einmal schnell speichern und dann nehmen wir auch mal die gehen da so rein, das ist schon richtig. Schnellvergleich sind diese da. Wir müssen hier über die Gleise kommen, ne? Die Gleise sind schon über die Straße, wenn wir kommen. Komm mal gar nicht. Wir kommen hier nicht über die Straße. Dann müssen wir ein bisschen weiter höher kommen. Wir kommen in den Einfahrtsbereich hier rein, da können wir ruhig ein bisschen langsamer fahren, ne? Da kommst du in der Senke hier schon drin. Da sind die Senke drin. Weg. Kletten. Kletten. hier noch ein bisschen höher das haben wir jetzt gelernt das sieht doch klasse aus kann bis 300 so schön das geht aber das ist ein Damm das wollen wir unsere Schnellfahrstrecke werden nein du hast gesagt keine Ducke oder? nein keine Ducke ebenerdig dann müssen wir unten durchkommen mit der Strecke ja durchbaut helfen davon so ne kann hier Schiffe lang? ne, kann nicht zwei flache Brücken hier unten fällt kein Schiff mehr lang Damm 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 hier 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 kann 300 hier kann nur 200 hier kann nur 200 250 160 250 reicht doch oder? ja, das denke ich nun auch hier kann nur 160 hier kann nur 300 hier kann nur 300 die Geschwindigkeit das heißt nicht gesehen Damm 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 angezeigt aber die richtige Höhe dreihundert wir drüber weit? um und wir nach Okay, das kriegen wir hin denke ich mal, ne? Ich fahre dann schön auf dem Bahndamm lang, jetzt volle Granaten mit 300. Sobald du die Stahlbrücke ein bisschen anwinkelst, sagt er, nö, ist nicht mehr so schnell. Interessanter Strecken, 300. Daher machen wir ihn auf dem Damm. Das ist eine schöne Strecke. Auf jeden Fall. Die schaffen wir heute sogar noch. Nächstes Krieg müssen wir uns mal mit Klaukenwühle auseinandersetzen. Noch eine andere Sache noch zu tun, Schütti. Schau mal, hier kommt es rüber. Das ist volle Lotte 300. Jetzt würde ich erstmal die gut gerne hier vom Braunschweig aus weiterbauen. Was, glaube ich, ein bisschen einfacher sein wird. Ein bisschen runtergehen, so. Tja, gleich noch nicht möglich. Was geht denn jetzt? Wie geht das denn? Brauchen wir jetzt ein bisschen tiefer runter, ne? Da muss ich aber nicht so eine Riesenbrücke hier lang bauen, weißt du? Was macht da eine größte Hoche? Das macht da, okay. Dann müssen wir ein bisschen anders lang gehen, ne? Okay, das geht. Okay, da kann ich ein Dach machen, ne? So, hier die Brücke. Das hat er doch gerade noch gemacht, oder nicht? Wohin ja. Okay, das geht. Okay, das geht. Hier ist ein bisschen. machen wir so machen wir so ja dann steht sie ja wieder hinten irgendwo lang würde ich sagen diese bahnstrecke wir hoffen dass das auch so funktioniert wir sind zu flach so geht es die strecke von dem verleihen mit auf jeden fall wir sind ja nicht beim abschluss das geht aber das lassen wir so so das heißt wo müssen wir lang kommen schnell verstärkt ist gar nicht mal so einfach sind irgendwo hier unten sind wir sind bei der mit der strecke da sind das müsste unsere strecke hier sein richtig ja 300 für später was danke zu ich bin doch hier mächtig durch die tunel durch was würde lange tunelstrecke machen ich bin doch nicht ein bisschen lang ne das ist eine ewig lange strecke hier alles ist nicht ein bisschen zu lang obwohl es gibt ja lange tunel hier österreich das ist ein bisschen ein bisschen ansteigen dass wir irgendwo wieder rauskommen felsen davon ja da kommen wir raus felsen davon ja ich denke mal sieht gut aus oder gott hier kann man auch noch weichen hin das ist das andere gleits ende das ist da da oben genau vielleicht hast du es nicht mehr ja und ich bin durch den tunnel durch bin ich aber eigentlich gar nicht durch den tunnel durch nein ich bin nicht durch den tunnel durch durch den tunnel durch ist jetzt mal nicht schön wie sie wollen auch was von der landschaft sehen ja und das ganze mal so da hinten die kurbe kriegen hier 163 ja mal gucken wir jetzt reinkommen da riecht jetzt das draußen das ist so komisch an so mit dem will ich jetzt bei 300 ja geht das nicht so wir haben hier gebaut und geht das nicht war nicht möglich der kürze wechsel noch mal hier ist ein kreis versatzte noch mal richtig funktioniert eine brücke kann man ja mal kann man ja mal lassen denke ich mache oder jetzt noch als erstes strecken signale würde ich sagen haben unsere erste schnellfahrstrecke fertig sachsen dazu ja das ist gut besucht das funktioniert nicht dann ist noch durch verbinden gibt es ein problem straßen müssen auch gleich wieder neu machen so eine strecke was wir gebaut haben tunnel ein fahrt hier noch ein paar signale ich war die vor die landschaft verschönern hier wir haben sie kommt immer noch so und hier das einfach signal würde ich sagen wir haben hier ein gleitspecker auch nicht wechseln können hier das ist eine doppelkreuzungsweiche wunderbar passt jetzt müssen wir die straße fertig machen weil die meckern hier schon guck oh ja ne das ist nicht gut wo war die denn hier oben ne genau hier war die hmm straße kollision auch freunde ok kriegen wir nicht hin das heißt wir müssen hier schon viel weiter hoch gehen kann es auch anders bauen lassen wir mal was probieren ein bisschen viel ne ja ein bisschen sehr viel das ist ja schon bald ein bach also ein graben ich bin da stärker hoch oh ja mal angleichen so schön das ordentliche aus ne straße machen so wenn wir jetzt gleich eine straße hier drüber bauen wie sieht das denn aus und hier nach da geht gar nicht dann hier nach da und wir sagen kann man gar nicht ok von hier nach da und wir sagen der will ja runter gehen machen wir einen straßentunnel straßentunnel und den straßentunnel was hältst du davon ja das kann ja den haben wir noch gar nicht so jetzt nur hier wieder abreißen und von hier wieder hoch kommen ne das sieht aber doof aus ne 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 so nach so ist mal hier beim dekorieren sind bäume ich weiß aber nicht ob ich blühen das würde so oder so nicht sehen wenn er ganz dicht dran geht ja ich nehme jetzt hier sieht ganz schön aus ich denke mal sowieso ganz gut aus ja auch irgendwann ja mal nicht als prima sondern nur als aufzeichen über hier was machen gut versteckt hier alles ganz gut aus oder ok schnell fahrstreck was hältst du davon wir müssen in welche gleise reinkommen die hier kommen wir da irgendwo rein in diese gleise vom bar mit triebzack aus kommen wir sehr gut ja wir müssen erst die linie machen das war mal zu in lila die lila ist doof rot ist gefährlich und gestellt so wie dann wie dann mal die mal ic das ist ic1 ok und die fährt von da und jetzt sagt er wieder ich bin nicht durch verbunden hier müssen wir auch noch mal ein stellwerk hinstellen was meinst du ja das machen wir auch noch mal schnell wenn es nicht so schön aussieht hier ist das weiter stellen überleitungsbau kann man selber bauen jetzt war amerikanisch aber ich finde das witzig oder denke mal sie ganz gut aus stein stein china das muss aber aus der steinchen jetzt aber ordentlich na ja gut jetzt muss man butzbahnhof gehen können den leuten gleich noch ein bisschen hält mit dem baum auf jeden fall landstraße 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 wir brauchen dann halt die landstraße nein die stadtstraße brauchen noch stadtstraße zweispurig stadtstraße zweispurig die normale wollen wir haben die dann nur die sich hier so ein bisschen behelfen könnte die linie haben wir ja gemacht ja jetzt brauchen wir einen der bau richtig wird trams gibt es so schön kein tramsipot das müssen wir in den bauernstack bauen ja da macht es auch ein bisschen mehr sinn was groß ist großstadt straßenfahrzeuge wo wollen wir uns mal hin wir sind jetzt gewerbegebiet ja hier können wir keine straßenfahrzeuge das wird kaputt gehen so haltestellen brauchen wir richtig genau haltestellen klar kommt ein ausschuss dazwischen nehmen wir die doch mal was das hier ist ne gucken wir mal nicht überdacht muss ich auch egal irgendwann nicht ausreichend ist man halt nur behalte stellen mehr machen dann zweite buslinie kann man ja auch machen ja müssen wir wieder hin die straße ja und zwar bus ja okay ja 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 Vielen Dank.